Servus meine lieben Freunde und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Astrobot. Wir sind hier demnächst schon bald fertig. Wir gehen zur Wurmpenpassage. Gut, wir haben hier tatsächlich diesmal, ähm, wie heißt es denn? Keinen, ähm, doch interessant zu wissen, wenn man dadurch kann, noch danach. Hehe. Kann man viel Cash sammeln. Oder nicht. Aber ich habe jetzt mitbekommen, dass man sich offiziell umziehen kann. Und zwar muss man das dritte Bild fertig haben. Und dann ist das dritte Puzzle halt. Oh, ich fände ja jetzt sehr auf, wenn es da ist, ne? Oh, ich fände ja... Oups, der ist das Lied! Ja, ich habe einen Golden Controller mittlerweile. Ich bin ja mittlerweile groß sauer, ja, naja. Ich bin ja mittlerweile groß sauer, ja. Ich bin ja mittlerweile groß sauer, ja. Ich bin ja 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 groß sauer, ja groß sauer. Ich bin ja groß sauer, ja groß sauer. aber ein botlein ist irgendwo, das ist jetzt, er spielt jetzt faszinierend zu wissen wo ja übrigens, ich habe einen goldenen controller upsala zu lange zeit verschwindet zack zack einer fehlt, einer fehlt ja da hat er mich ausgeprägt upsala aber ein bisschen zu langsam einer fehlt die 60 habe ich ja mittlerweile schon das ist ja kein problem aber wir müssen gucken wo der andere steckt hat die 200 punkte, die kriege ich wieder weg und ja, ich habe einen golden controller ich kann euch gleich zeigen auch wo kann man nicht durchfahren so das ist ja so 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 Nee. Ah, hier. Ich will nur wissen, was das... Ey! Nur wissen, was das... Dingses. Ja? Ja? Du, du, du... Sieg dich... Ja. Ja, das hält. Bitt. Entschuldigung, du schüt & jeres, das geht. Nöhm? Töh? Ja! Ja, ja. alles mitnehmen den habe ich gar nicht gesehen doch ich habe ihn gesehen aber da ist er ja Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! Das Timing, das Timing ist bei mir nicht so... Ich hätte auch so fliegen können, ne? Oh, 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 oh! Oh, oh, oh! Oh, 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 oh! 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 Oh, oh! 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 Oh, oh! We need to get vinzen now. Yeah. Das war's für heute. So, level completed. Und wir haben, glaube ich, sogar alles wieder weggemacht. Nein, jetzt sind wir hier alles komplett. Eigentlich. Zwei sogar. Okay. Das war's für heute. Das war's für heute. Um dann kein Leben zu verspenden. Okay. 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 Das war's für heute. Das war's für heute. Und jetzt ist er fertig. Oh ja. Ich muss immer an der Hüttenstelle bleiben. Oh ja. Das war's für heute. Oh ja. 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 Das war's für heute. Das war's für heute. Boy. Coolio. Bing. Man ist zwei? Ziehen wir jetzt gleich. Ja. Tor ist Hammer. Oh, geil. Ja, da gehen wir gleich hin. Nein, das ist gut. Ich gucke, ob wir noch irgendwie was hin, aber eigentlich nicht. Boah, da haben wir wieder viele. Come on. Geh mal rein. Da gab's eine Trophäe. Warte mal, geschwind. In Bot of War gab's eine Trophäe. Ich weiß, hundertprozentig. Ähm, da gab's eine Trophäe. Warte mal. Ähm. Alleinblenden. Ich weiß auf jeden Fall, dass da was war. Wo waren die Trophäe? Ganz kurz. Ich weiß es. Da gab's irgendwie im Bot hier. Alle acht Raben in Bot of War besiegt. Ja. Na, versuchen wir's mal. Gucken wir mal. Ich weiß jetzt nicht, ob der Rabe da hinten dazu gezählt hat, oder? Sehen wir dann. Das sind nur Trophäen. Die kann man auch nachholen, tatsächlich. Okay. Das sind nur Trophäen. Boi. 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 Das war's für heute. 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 Wahrscheinlich muss ich dann nochmal zurück. Irgendwo wird es bestimmt noch welche geben. Mann! 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 Ja. Ah, ich habe noch etwas gehört. Ah, ich habe noch etwas gehört. Ah. Das war's für heute. Aber die sieben Rahmen, da komm ich doch definitiv nicht mehr zurück eigentlich. Also wenn ich jetzt da hingehe, dann ist doch eigentlich fast schon das Ende. Eigentlich. Das war's für heute. Ich muss leider kurz, ich bin da hoch. Ich darf den einfrieren, da muss ich drausspringen. Ah, hab ich schon weg. Da wäre jetzt gerne hochgegangen. Egal, bis jetzt. Das war's für heute. Das war's für heute. Ja, der Raum haben wir nicht gerettet. Ah, das ist kompust. Aber das kann man alles noch nachholen. Jetzt, wo wir dann ankommen, haben wir dann Schluss. Wir sind ja schon bei 36 Minuten. Das geht ja gar nicht. Das ist zu weit. Das ist zu viel. Ey. Ja, wir bauen's dann zusammen. Alles gut. Wir bauen's dann zusammen. Machen wir dann, machen wir dann. Wir machen aber hier kurz einen Schnitt rein und sehen uns dann im nächsten Mal, meine lieben Freunde. Bis gleich. Bis dann. Bis dann. Untertitelung. BR 2018